Hallo Leute, jetzt mache ich mal wieder kurz ein Forge of Empire Video. Ja, wir haben hier ein neues Event. Also was heißt, ein neues Tagesevent. Drei Tage geht das noch eine Kultur, Gebäude deines Zeitalters errichten. Das kriegen wir natürlich hin. So, wie spät haben wir es? 2 Minuten 8, 2 Minuten 18. Okay, was wird das? Eine Stunde Produktion. Okay, das kriegen wir hin. Fünf Dias, eine Stunde. Da kann ich euch leider nicht mehr mitnehmen in Forge of Empire. So, aber die Fünfe hauen wir jetzt noch hier rein, die fünf Forge Punkte. Okay, super. Hat noch ein bisschen geladen. Mal sehen, was wir jetzt für eine Tagesquest haben. 50 von jedem gut aus dem nächsten Zeitalter. Ja, nein. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe so viele plus 1 Kids. Ich brauche nur aufsteigen. Ach nee. Lieber ein Gebäude. Und? War eine falsche Entscheidung. Ja, nee. Nee, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ach nee. Was soll ich schon? Ich bin schon 50. Die gammeln mir auch nur im Inventar rum oder auf den Güterdings. Oh, da machen wir jetzt mal eine Zwei-Tage-Produktion. Ja, das holen wir jetzt auch rein. Nochmal 40 Fortschpunkte mehr. Alles in die Arche. Super. Dann gehen wir hier hin. Das hat sich auch geändert. Wunderbar. Hier, hier die Ernte ist auch fertig. So rum. So, haben wir alles. Wunderbar. Hätten sie nicht eine Frauenstimme dafür machen können. Machen wir mal eine Meter. Oh, wir haben hier wieder so ein Ding. Ist wieder grau. Derzeit befindet sich. Ja, tralala. So, okay. Jetzt haben wir eigentlich alle vier Gütergebäude hier. Na, so eine Frage. Du. Du machst das mit der Statue. Du machst das mit diesen Paprika. Ach nee. Was ist wieder mal? Ja. Also die Statue haben wir, das große haben wir auch, das haben wir auch, wo ist das? Kopfschmuck, das haben wir doch gar nicht, oder? Stellen wir das eigentlich überhaupt her? Ich glaube wir stellen das mit dem Kopfschmuck gar nicht her, deswegen geht das hier gar nicht so richtig schön vorwärts. Das reißen wir jetzt ab. Okay. Back. Back. Okay. Nochmal. So. 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 Zufriedenheit. Ne, haben wir nicht. Machen wir wenigstens das. So. Jetzt haben wir aber alle. So. 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 Hier machen wir auch eine Tagesproduktion, wie sich das anhört, die Geräusche cool. So, 2.08 Uhr, was haben wir jetzt, 15, 16, 17, 18, noch 3 Minuten Zeit ungefähr, dann gehen wir noch ein bisschen kämpfen. Ja, auch wieder erledigt, super, auch wunderschön erledigt, auch erledigt. Das ist eine Quest, die wollen wir nicht machen, die können wir nicht machen, 550 kriege ich nicht zusammen, 550 kriege ich auch nicht zusammen, die will ich nicht machen, die will ich nicht bezahlen, 24 Stunden, naja, ich muss auf das Event achten, geht nicht. Nein, danke, 25 Wortspunkte will ich auch nicht kaufen, motivierend sind wir auch nicht gerade dabei, 200 Wortspunkte bin ich auch nicht dabei. Ja, das kriegen wir noch hin, dann das Gekämpfe noch, super, raus, raus, rein, rein. Also, wenn ich hier ein Video aufnehme, dauert das hier schon ein bisschen länger. Ja, auch erledigt. Also, Yu-Gi-Oh! Videos habe ich heute viel gemacht, Forge of Empire Videos habe ich heute gemacht, oder in dieser Nacht zumindest. So, im Inventar, ok, das mache ich auch nicht am Handy, da habe ich auch keine Lust dazu. Also, hier haben wir noch einen, und, also noch hier eine, eine Kaserne, wie spät haben wir es jetzt, 18 passt, super, eine kleine Ernte. So, da haben wir jetzt wieder auch ein Video für, äh, Forge of Empire gemacht. Cool, super, gut, dann enden wir wieder mit Forge of Empire, auf Wiedersehen.